hallo und herzlich willkommen zu einem neuen hausbau video ich habe es gerade geschafft ein komplettes hausbau video aufzunehmen ohne mein mikrofon angesteckt zu haben dabei hat mein mikrofon nicht gar nicht aufgenommen sondern ein anderes in meinem headset und es steht ungefähr einen halben meter von mir entfernt und ja dementsprechend dumpf hätte sich das ganze jetzt angehört naja wie dem auch sei wir bauen ein neues haus dieses haus ich habe so etwas in der art noch nie gebaut es war eine ganz interessante probierphase ich weiß nicht ob ich sowas öfter bauen werde die sims in diesem haus hier wohnen werden ich sag mal die dürften wenig probleme mit privatheit haben das problem ist nämlich wir schon seht wir haben hier überall glas ich wollte am anfang noch glas böten reinmachen ab da habe ich mir gedacht okay war lieber nicht das heißt falls eure sims kein problem damit haben dass man rein theoretisch alles hier drin beobachten kann dann sollten die in diesem haus eine einigermaßen gute zeit haben wenn ihr euch denkt okay mein sim wäre jetzt nicht so der typ dafür der unbedingt so öffentlich leben würde dann ja dann braucht ihr wahrscheinlich ein anderes haus aber mir ist auf jeden fall viel spaß gemacht so etwas mal zu bauen ihr seht dass wir hier schon gerade einen kleinen pool anfügen ich weiß nicht genau was jetzt hier gerade schief ging also ihr werdet gleich sehen dass irgendwie hier gar nichts wirklich funktioniert und dann hat es erst funktioniert als ich so von der seite rangegangen bin keine ahnung woran es liegt das ist sims ist immer ganz schön wenn man irgendwie neuen bug entdeckt oder wenn man was nicht hinkriegt da fragt man sich immer okay bin ich gerade so doof oder so spielt dran schuld ich habe rausgefunden meistens bin ich dran schuld ja aber wie dem auch sei wir dekorieren hier alles so dass es ganz perfekt sich hier so in oasis springs eingliedert ich muss manchmal überlegen ob die ganzen städte jetzt wirklich so heißen mich gerade in erinnerung habe ich glaube dass die wüstenstadt ja doch doch die heiße oasis springs alles gut ja wir werden hier auf jeden fall versuchen uns so ein kleines bisschen der umgebung anzupassen dieses ganze viertel dass ihr hier seht das war ursprünglich von mir mal so als ja quasi spanisches viertelchen gedacht das verfügt verfolge ich auch immer noch so ein bisschen den kleinen plan ja aber der liegt momentan auf eis wie sehr vieles was ich momentan zu bau aber ist es auch gar nicht so wichtig ich versuche hier eine treppe zu platzieren die treppe muss ich sagen war doch ein kleines bisschen kompliziert weil man ja auf diagonalen grundstücken keine treppe platzieren kann also was heißt die grundstücke haben halt hier die ganzen zimmer diagonal auf dem grundstück also quasi das was ich gerade gesagt habe und da kann man halt keine treppe platzieren das heißt die treppe kann wirklich nur halt ich sag mal wenn weniger ganz normal platziert werden ja das heißt die treppe steht jetzt hier so ganz komisch mittig im raum und da werden wir jetzt versuchen so ein kleines bisschen drum herum zu dekorieren wir haben hier drin keine küche wir haben dafür draußen wie ich finde einen ganz guten autobereich also da können eure sind trotzdem dran kochen wie können dann halt am anfang nur grillen mir fällt außerdem gerade auf dass ich vergessen habe einen kühlschrank zu platzieren glaube ich ich bin mir gerade gar nicht sicher also falls ich den kühlschrank platziert habe und das ist wahrscheinlich im kühlschrank aus entweder an die uni oder vielleicht vielleicht habe ich auch so eine kleine kiste platziert so eine kühlkiste ich weiß es nicht mehr genau sehen wir nachher alles ihr seht auch dass wir jetzt hier momentan das wohnzimmer voll einrichten das ganze wird nachher ein bisschen anders aussehen denn ich habe mir so während dem einrichten gedacht okay das sieht zwar ganz gut aus aber irgendwie passt es nicht nicht ganz so gut deswegen was werden wir nachher machen ich glaube ich werde hier eine andere ein anderes bücherregal platzieren beziehungsweise das was ich denn hier nachher wirklich platziert ist nicht mal ein bücherregal haben wir hier überhaupt ein bücherregal ich muss ganz ehrlich dazu sagen könnte ich gerade gar nicht sagen genau da platzieren wir jetzt das hier da habe ich mich am anfangs ein kleines bisschen davor gesträubt das ganze vor dem fenster zu platzieren aber ich habe mir dann wiederum gedacht naja gut sieht zwar ein bisschen komisch aus habe ich mein das ist ja fast komplett durchlässig und dann könnten wir auch ruhig das einfach so vom fenster platzieren habe ich dann auch gemacht wie ihr seht was ich hier noch gemacht habe ist ein fernseher platziert und mit dem tool mod können wir den gerade so verkleinern dass er da besser hin passt und auch nach unten verschieben ihr seht das ist teilweise so ein kleines bisschen eine fitzelarbeit bis der wirklich da so ganz perfekt drauf steht aber man kriegt es auf jeden fall hin also gerade für sowas da das ist der tool mod schon ziemlich geschickt muss man so auszudrücken ich werde nachher was ihr jetzt hier noch nicht seht jalousien platzieren da habe ich mir am anfang gedacht ja könnte man zwar platzieren aber irgendwie wird das ganze wahrscheinlich doch nicht ganz so gut aussehen dann lassen wir uns gleich ganz weg aber ich habe mir gedacht so aus ich sag mal so rein logistischen gründen wäre das eigentlich schon ganz gut hier sowas zu haben werde ich nachher platzieren ich glaube dass ich das ganze noch ein bisschen umändern werde also die hängen nachher in aber ich glaube die werde ich so umändern dass die außen hängen aber das seht ihr dann nicht mehr das seht ihr dann nur wenn euch das ganze grundschutz und ihr seht hier ist das badezimmer das komplett funktioniert da bin ich richtig stolz auf mich ich meine sieht jetzt nicht so unbedingt ja wie soll ich sagen realistisch aus also ich glaube im echten leben hätte so ein badezimmer eher schwer aber in sims funktioniert es immerhin und da bin ich sehr froh drüber dann haben wir auch hier noch ein kleines schlafzimmer unter so einem kleinen schlafbereich da habe ich mich hier ganz bewusst dafür entschieden dass wir nur so ein kleines kleiderregal haben weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte dass wir hier irgendwas hinstellen was wirklich quasi so viel platz wegnehmt als es sinn macht weil ich finde halt gerade so ein normales ankleide gerade so eine normale komode nach dem wort habe ich gesucht ich glaube die würde hier sehr sehr viel wegnehmen da habe ich mir gedacht dass so was wahrscheinlich ein bisschen schöner ist da habe ich irgendwas platziert und dann war plötzlich der fernseher weg ich habe keine ahnung warum dann musste ich hier noch mal ein kleines bisschen länger rum spielen bis der fernseher wieder so stand wie er sollte ich heiße da natürlich nicht rum sondern näher mich quasi immer so der perfekten höhe ein kleines bisschen an ist man ein bisschen nervig war wenn man es nicht sofort hinkriegt dann sitzt man das sehr sehr lange rum aber so weiß man immer hier dass man irgendwann ja quasi zum ende kommt wir machen hier draußen noch ein bisschen größeren sitzbereich der haben vier sims auf dem sofa platz außerdem noch mal drei sims so zum sitzen ihr könnt natürlich noch ein paar andere sitzmöglichkeiten hinstellen ich meine die sims können ja auch mittlerweile oder was heißt mittlerweile das können die sind schon sehr sehr lange am pool sitzen das heißt wenn ihr eine pool party feiert dann sollte das ganze hier auf jeden fall spaß machen ihr seht hier kommt die ja mini küche hin also sollte ich wirklich den kühlschrank vergessen haben dann kommt er auf jeden fall noch hin da werde ich dran denken ich kann mir eigentlich kaum vorstellen dass ich es vergessen habe aber okay ich sehe schon ich habe es wirklich vergessen also keine sorge werde ich auf jeden fall dran denken die noch zu ergänzen mir ist aufgefallen ich spiele jetzt nämlich gerade selber wieder ein kleines bisschen vermehrt sims das eigentlich ist richtig richtig cool ist wenn die sims im spiel grillen ich weiß nicht warum aber das habe ich bisher eigentlich selten gemacht ich dachte immer dass es dann nur so zwei drei rezepte gibt und habe ich mir gedacht okay deswegen werde ich jetzt nicht extra ein grill hinstellen denn viel platz weg und ist ja irgendwie es ist irgendwie mag ich halt nicht so sehr aber dann habe ich angefangen sims zu spielen meine sims haben sehr sehr oft gegrillt einfach weil ja das war mal meine sims angefangen zu grillen beziehungsweise mein einer sim ich glaube nur deswegen weil die küche anfangs nicht so wirklich funktioniert hat dann habe ich mir gedacht okay bevor ich jetzt da mich großartig verkünstler werde ich jetzt einfach so normal weiterspielen ist mir jetzt auch egal dann habe ich einfach grillen platziert als weiter grillen oder einfach weiter kochen damit mein zimmer auch am leben bleibt dann hat sich aber herausgestellt dass das ganze ja eigentlich echt cool ist und dass es da wirklich viele rezepte gibt ist mir so nie aufgefallen also ich meine kommt natürlich auch ganz drauf an was für eine fähigkeitsstufe eure sims haben aber falls eure sims eine hohe fähigkeitsstufe haben dann gibt es auf jeden fall ziemlich ziemlich viele rezepte finde ich ziemlich cool ja diese kleine infinity pool den wir hier probieren ich weiß leider nicht mehr genau von dem ich die idee hat habe ich glaube von kate emerald also ich werde auf jeden fall mal nachschauen dann werde ich euch da oben irgendein video verlinken was ich hier versuche ist wie ich vorhin schon gesagt habe mich quasi so ein kleines bisschen der umwelt her anzupassen da hätte ich mir dann im debug menü habe ich extra nachgeschaut gibt es nicht noch gewünscht dass es die kleinen ja quasi flächen die wir außen platziert haben dass es die hier auch gibt gibt es aber nicht deswegen habe ich gedacht okay dann platziere ich halt so ein bisschen sand oder sprühe jetzt ein kleines bisschen sand auf dem boden und platziere dann da die ganzen pflanzen rein funktioniert auch recht gut ich bin irgendwie trotzdem nicht ganz so zufrieden ich meine gut der außenbereich wird jetzt hier keine allzu große rolle spielen ich finde dafür den eingangsbereich ganz hübsch ich weiß nicht wie mir ein kleines bisschen schwer ursprünglich sah das ganze hier auch ein bisschen anders aus aber jetzt habe ich mich halt dafür entschieden was ich ja außerdem bedenken wert was ich die meiste zeit ja immer vergesse ist platz für die mülltonne zu schaffen ja die habe ich dieses mal nicht vergessen wir platz sehen auch jetzt hier noch so ein paar pflanzen da habe ich schon vorher kleines bisschen probiert hat das nicht funktioniert jetzt machen wir es einfach so ich weiß gar nicht so genau ob ich jetzt raus geschnitten habe wie ich die ganzen jalousien platziere glaube ich ja schon fast also wie gesagt ihr werdet ihr die nach auf jeden fall kleines bisschen anders sehen also noch nicht in screenshots aber dann falls ihr euch das ganze wirklich runterladen wollt ja ja meine id lautet übrigens sissika unterstrich yt ja unterstrich yt nicht unterstrich youtube habe ich schon mal drüber geredet ist jetzt auch gar nicht mehr so wichtig wir drehen jetzt noch hier die ganzen säulen ja also weil sie eure sims kein problem damit haben dass man sie ein kleines bisschen beim duschen beobachten könnte dann kann ich mir vorstellen dass dieses haus vielleicht gar nicht so schlecht ist ja ich bedanke mich auf jeden fall bei euch fürs zuschauen und bis zum nächsten video bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020